Musik Das links auf dem Bild ist Bertha Blümchen. Sie lebt in einer Wohngemeinschaft mit zwei anderen Senioren in einer Kleinstadt. Bertha Blümchen war mutig und versuchte sich an einem Wohnmodell, was wahrscheinlich die meisten jungen Menschen kennen. Es gibt eine gemeinschaftlich genutzte Wohnung und jede Person hat ein eigenes Zimmer. Wohnküche, Bad und Balkon werden zusammengenutzt. In Aufgaben wie Reinigung der Wohnung, Blumengießen und kleine handwerkliche Tätigkeiten teilen sich die drei Reihen. Bertha Blümchen wohnt in dem Zimmer, was gleich neben dem Balkon zu finden ist. So hat sie ihre Blümchen immer im Blick. Doch Bertha Blümchen lebt nicht allein. Das ist Hertha Hammer. Sie ist die zweite im Bunde. Wenn mal etwas quietscht oder klemmt, ist sie schnell zur Stelle. Sie kümmert sich um die kleinen Reparaturen im Haushalt. Letztens gab es ein Problem in der Küche. Hertha Hammer hat es gelöst. Neben Hertha Hammer und Bertha Blümchen gibt es noch eine dritte Person in der Wohngemeinschaft. Das ist Manfred Mopp. Wo gekleckert wird oder Späne fallen, ist Manfred Mopp nicht weit weg. Er hilft in der WG fleißig mit Putzmittel, Handfeger und Wischmopp. Er ist erst zufrieden, wenn alles glänzt. Doch wer ist das? Die Nachbarin? Eine Freundin von früher? Die Enkelin? Die Tochter? Eine Dame vom Schlüsseldienst? Nein! Das ist Rosa Rath. Die ist bekannt für ihre raffinierten Ratschläge und fährt gern Rad. Rosa Rath ist eine Ehrenamtliche des Caritasverbandes und fährt regelmäßig mit Bertha Blümchen und einer Fahrradrikscha auf dem Markt, um Blumen zu kaufen. Manchmal fahren sie auch auf dem Muldenradweg. Die Rikscha ist ein E-Bike, hat also Elektrounterstützung. Somit ist gar nicht so viel Beinkraft nötig. Heute hatten die beiden einen schönen Ausflug in der Stadt. Dann kamen sie auch auf den Markt an und deckten sich mit frischem Gemüse ein. Auf dem Rückweg gab es dann noch ein Eis. Dann ging es glücklich, mit etwas Wind im Haar und dem Einkauf auf dem Schoß, nach Hause. Hab mein Wagen vollgeladen, voll mit jungen Männern. Als wir in die Stadt reinkamen, murrten sie und sprungen. Drum lädt ich ja meine liebe Tage. Wie junge Mädel auf mein Wagen. Aber warum das alles? Durch die Ausfahrten mit der Fahrradrikscha hat Bertha Blümchen Kontakt mit anderen Menschen außerhalb der Wohngemeinschaft, kommt an die frische Luft und hat ein wenig Wind im Haar. Rosa Rath unterstützt ältere Menschen, erfährt spannende Geschichten, ist sportlich aktiv und erhält unendlich viel Dankbarkeit. Außerdem werden die Angehörigen von Bertha Blümchen entlastet, da sie wissen, dass sie in guten Händen ist. Somit profitieren alle voneinander. Bertha Blümchen ist nur eine von vielen älteren Personen, die von einer regelmäßigen Rikscha-Fahrt profitieren könnten. Rosa Rath ist nur eine jüngere Person, die Rikscha fahren könnte. Deshalb suchen wir Ehrenamtliche jeden Alters, die sportlich sind, Spaß im Umgang mit älteren Menschen haben, aus Döbeln und Umgebung kommen. Dafür bieten wir eine Schulung zur Vorbereitung des Ehrenamts, viele Geschichten, eine Einbindung in eine Ehrenamtsgruppe und eine Aufwandsentschädigung. Na, hast du Lust? Möchtest du Rikscha fahren? Wenn du Sympathie mit Bertha Blümchen, Hertha Hammer oder Mandred Mob hast und dir vorstellen kannst, regelmäßig mit der Rikscha unterwegs zu sein, dann kontaktiere uns. Wenn du zwar Interesse, aber nichts mit Radfahren am Hut hast, dann ist eine stundenweise Betreuung ohne die Rikscha auch möglich. Du kennst jemanden, der auch Spaß an einer Rikscha-Fahrt haben könnte? Dann melde dich bei uns. Unser Motto lautet, mit Beinkraft fit und in Gemeinschaft. Unser Motto lautet, mit Beinkraft fit und in Beinkraft fit und in Beinkraft fit und in Beinkraft fit und in Beinkraft fit. Beinkraft高 darauf, mit Beinkraft fit und in Beinkraft fit und in Beinkraft fit und in Beinkraft fit und in Beinkraft zusammen Rozher.